Auf dem ersten Blick gar nicht so gut, weil Geriatrie steht für Zuwendungsmedizin. Auf den zweiten Blick kann Robotik aber sehr viel Unterstützung geben. Gerade für Menschen, die sich nicht mehr so gut bewegen können, kann es unterstützen. Oder auch für Menschen, die vereinsamt sind, Hirnleistungsprobleme haben. Da gibt es viele Möglichkeiten, die in Zukunft immer mehr, denke ich, zum Patienten gelangen werden. Strengen wissenschaftlichen Kriterien folgend ist die Forschung noch nicht sehr weit gekommen. Es sind mehr Anwendungs-, Versorgungsforschungsprojekte, aber die sind doch so vielversprechend, dass es sich auf alle Fälle lohnt, auch in der Zukunft, in der weiteren Zeit dort genau hinzuschauen und wirklich gute wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Ja, die ersten Einsätze sind gemacht. Also gerade Roboter können Visiten unterstützen, können auch ein schnelles fachärztliches Hinzuziehen zum Patienten ermöglichen. Und das ist sehr vielversprechend, weil wir so auch den medizinischen Austausch besser gewährleisten können und für den Patienten schneller zu Untersuchungsergebnissen kommen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.